Zu den großartigen Neuerungen, die sich unsere Volksabtreter für dieses Jahr ausgedacht haben, gehört ja der Gesundheitsfonds. Da haben Sie schon von gehört, ja? Es war ja bis jetzt so. Bis jetzt haben wir ja die Versicherungsbeiträge an die Krankenkassen überwiesen und die haben das Geld verteilt an die Ärzte, die Apotheker, die Farmindustrie, den Rest haben die in Gulli geschmissen. Und dieses System hat sich als zu teuer und zu kompliziert erwiesen und deshalb ist jetzt dieser neue Gesundheitsfonds noch dazwischen geschaltet worden. In Zukunft ist es so, Sie zahlen das Geld weiter an die 247 verschiedenen Krankenkassen und die überweisen das dann erstmal an den Gesundheitsfonds. Das ist so ein extra neuer Topf, ja? Und in diesem Topf wird das Geld erstmal aufgekocht, ein bisschen gewürzt und nachgerührt und dann wird das Geld wieder zurück überwiesen an die 247 Krankenkassen. Ist wirklich so. Und die verteilen das dann wie bisher an die Ärzte, die Apotheker, die Farmindustrie und der Rest wird in den Gulli geschmissen. Und allein dadurch, dass das Geld zwischendurch einmal in diesem Fondtopf landet, dadurch wird alles günstiger. Das ist das Wahnsinnige an diesem System. Es ist das Prinzip des Umtopfens. Die gehen davon aus, wenn sie das Geld oft genug umtopfen, hat es Zeit, sich fortzupflanzen. Jetzt hat sich ja schon zwei Monate nach Einführung dieser wunderbaren neuen Reform, da hat sich herausgestellt, wir Beitragszahler zahlen durch die Reform höhere Beiträge und bei den Ärzten kommt weniger Geld an. Also zielgenauer kann eine Reform eigentlich nicht funktionieren. Die haben jetzt ein System entwickelt, das ist weltweit einmalig. Je mehr Geld wir als Beitragszahler in die Versicherungen reinpuppen, desto weniger kommt bei den Schaffenden im Gesundheitswesen tatsächlich an. Ich habe das mal nachgerechnet, meine Damen und Herren, seit 2004 sind meine Krankenkassenbeiträge um 26% gestiegen. Als Ausgleich haben die dann dieses Begrüßungsgeld beim Arzt eingeführt. Und ich darf jetzt ein Teil der Medikamente, die früher auf Rezept waren, darf ich jetzt selber bezahlen. Aber ich will nicht jammern, ich will wirklich nicht jammern, meine Damen und Herren. Ich muss nur mehr zahlen, das macht mich nicht ärmer. Die Ärzte aber, die kriegen weniger Geld. Und zwar je mehr wir einzahlen, desto weniger Geld bekommen die. Jetzt dieses Jahr eine Arzthonorar-Erhöhung von 10%. Ja, 3 Milliarden mehr Arzthonorare und bei den Ärzten kommen 30% weniger an. Man kann nur hoffen, dass die nicht mit derselben Berechnungsmethode unseren Zuckerspiegel ermitteln. Mehr Geld kommt immer bei den Abgeordneten an. Das ist ganz wichtig in dem ganzen politischen System, weil was glauben Sie, was die Medikamente kosten, die man schlucken muss, um solche Reformen überhaupt entwickeln zu können? Was ich auch ganz spannend finde, ist mein neues Verhältnis zu meiner Krankenkasse. Früher hatte meine Krankenkasse ein großes Interesse daran, dass ich gesund bin und möglichst nicht zum Arzt gehe. Jetzt auf einmal wollte die, dass ich krank bin. Am besten soll ich chronisch krank sein. Ja, es ist wirklich so. Ja, weil für chronisch Kranke bekommt die Krankenkasse aus dem Gesundheitsfonds mehr Geld als für Normalkranke. Deshalb kämpfe ich jetzt um die chronisch Kranken bei den Kassen. Und ich soll jetzt zum Arzt gehen und mich möglichst in regelmäßigen Abständen chronisch krank schreiben lassen, immer wieder bescheinigen lassen. Jetzt sagt der Arzt natürlich, Moment mal, was habe ich denn davon, wenn ich dich jetzt chronisch krank schreibe? Ja, der Patient läuft ständig bei mir auf, dann kriege ich da auch was ab. Wenn die Krankenkasse mehr Geld für chronisch Kranke kriegt, will ich da auch was von haben, sagt der Arzt. Und tatsächlich, in Bayern und Baden-Württemberg haben dann jetzt schon im Februar haben die ersten Ärzte angefangen zu sagen, wisst ihr was, wenn wir nicht beteiligt werden, dann schreiben wir nur noch ganz leichte Diagnosen auf. Dann ist hinterher überhaupt keiner mehr richtig krank. Dann ist ja nur auch keine Lösung, oder? Und deshalb werden die Krankenkassen sich natürlich mit den Ärzten einigen und die werden die dann irgendwie beteiligen. Das wird dann so ablaufen, wenn ein Arzt sie dann chronisch krank schreibt, dann kriegt er so eine Art Abwrackprämie. Abwrackprämie ist super, machen wir jetzt überall. Auch die Kneipen retten wir mit Abwrackprämien. Jeder, der nachweist, der ist seit neun Jahren Stammgast in der Kneipe, in der Eckkneipe, der kriegt ein Alkoholgutchen über 2.500 Euro. Bedingung ist, muss in einer Woche eingelöst werden. Das ist eine Abwrackprämie, da hat doch die Rentenkasse was von. Ich werde jetzt mal bei meiner Krankenkasse anrufen und fragen, was ich denn davon habe, wenn ich mich chronisch krank schreiben lasse. Aber ich ahne schon, was sie sagen. Die werden sagen, natürlich beteiligen wir auch Sie als Patient an dem Geschäft mit höheren Krankenkassenbeiträgen. Ja. Ich denke, bis jetzt her.